Das Interessante und das ist ja so ein bisschen der Unterschied zur Angeberei von Menschen ist, dass man bei diesen Signalen von Tieren als ehrliche Signale spricht. Also ich kann als Cop-Antilopen-Bock nicht tun, als wäre ich der Größte und Stärkste und hätte das Tollste gehören. Ich kann aber natürlich als muckeliger kleiner Bub mir das dicke Auto vom Papa leihen oder das Mofa vom Cousin oder so. Das heißt, die Signale, die wir Menschen nutzen, um anzugeben, die bezeichnet man in der Biologie tatsächlich als unehrliche Signale.